Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Gaming-Tisch aus dem Hause Dehoko. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Gamer-Schreibtisch für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gaming-Tisch werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Der Gaming-Tisch ist häufig eine unterschätzte Komponente vom eigenen Gaming-Aufbau, denn viele Leute reden über die neueste Gaming-Maus, den neuesten Gaming-Laptop, aber wo stellst du das ganze Zeug denn alles hin? Genau, auf den richtigen Tisch und da ist so ein Gaming-Tisch natürlich eine praktische Wahl, um das Zocker-Equipment richtig aufzubauen. Preislich, wie ich finde, ein Gamertisch, der sich nicht zu verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum DEVOKO Gamer-Tisch auch noch genauer anschauen. Große Oberfläche DEVOKO Gaming-Tisch verfügt über einen geräumigen, 140x57cm großen Desktop, auf dem sie nicht nur mehr Platz für Spiele und Büroartikel haben, sondern auch genügend Platz für Computer, Monitor, Tastatur, Maus, Lautsprecher und so weiter. So hast du eine komfortable und angenehme Spielumgebung. Entwickelt für Spieler DEVOKO Gaming-Schreibtisch basiert auf einem professionellen Spielstil. Die große Tischplatte hat eine gewisse glatte Kurve, wodurch der gesamte Tisch stromlinienförmig und rennend wirkt. Das klassische Farbschema hat eine starke visuelle Wirkung und macht den gesamten Spieltisch cooler und stilvoller. Mit dem DEVOKO Computertisch können sie in den Charme des Spiels eintauchen. Multifunktionales Design DEVOKO Gaming-Tisch ist für Spieler mit vielen nützlichen Funktionen konzipiert. Drehbarer Getränkehalter, Kopfhörerhaken, Kabelmanagement, Controller-Standfuß. Wow, das sind schon echt coole Zubehöre. Ordentliches Design, stabil und fest, robuste T-förmige Beine. Und ja, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie ich finde, ein Gamertisch, der sich preislich nicht verstecken braucht. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum DEVOKO Gamer Schreibtisch. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.